Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part des FIFA 15 Team of the Year Back Openings für die Verteidiger. Es sind noch gerade mal ein paar Minuten, ich glaube um die 49 rum müssten es sein, die die Verteidiger im Team of the Week sind, bzw. die Verteidiger noch drin sind. Wir haben ja noch 47 Minuten lang diese 50 K-Sets und danach kommen die Mittelfeldspieler. Ich werde jetzt natürlich noch die letzten hier, was haben wir gesagt, 6.000, das heißt die letzten 1.900 Fieberpoints noch verziehen, bzw. auch noch ein paar Coins verziehen, denn ich will hier noch einmal die beiden 50 K-Sets aufmachen und dazu natürlich noch ein 35 K-Set und ein 7.5 K-Set. Mit dem 7.5 K-Set fangen wir auch an, damit wir auf 30.500 Coins kommen. Ich will allgemein die 35 K-Packs öffnen, weil ich in denen nie Glück habe, vielleicht in diesen 7.5 K-Packs. Es wird Raphael, das ist nichts besonders tolles, Montero noch dazu und Morgan einmal Fattino. Also das ist wirklich alles andere als gute MS zu ZOM, nehmen wir noch mit. Wir haben jetzt Liverpool-Wappen und das Palla-Irgendwas-Auswärts-Trikot. Augsburg haben wir schon und damit gehen wir zum 35 K-Set. Auch das werden wir jetzt liebevoll öffnen mit 700 FIFA-Points, natürlich. Da bin ich mal gespannt, was da drin sein wird. Bitte was Vernünftiges, Stefan Kießling. Wie gesagt, ich mag diese Packs nicht und das aus gutem Grund wird sie natürlich. Nicht Ronaldo, sondern Coentrao. Allerdings habe ich auch Ronaldo nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Kann man auch nicht in solchen Packs, weil wie gesagt, die sind nicht sonderlich gut. Vielleicht werden die beiden 50 K-Sets ja besser. Ich hoffe, ehrlich gesagt, ziemlich drauf, weil normalerweise sind die 50 K-Sets bei mir besser als die 100 K-Sets. Aber gut, es kann natürlich auch da richtige Rotze drin sein. Aber dafür öffnet man ja Packs für diese Chance, für dieses Kribbeln, für diesen Nervenkitzel dabei. Das Video wird übrigens wieder relativ kurz, wie ihr schon seht. Wenn ihr sehr viel von uns braucht, schaut bei Kingmean vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, könnt ihr mich unterstützen. Und natürlich auch bei Sennheiser für Headset-Bedarf. Ja, wäre sehr interessant, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, lasst doch ein Like auf das Video da. Und damit kommen wir zum ersten der beiden 50 K-Sets. Ich bin sehr gespannt. Ich werde beim zweiten nicht hinschauen, beim ersten werde ich hinschauen. Es wird ein Carlos Vela, ein 82 gerateter Spieler. Naja, dazu Miro, Klose, Busufa, Cahill. Ja, den können wir mal draufpacken. Eventuell noch ein bisschen was wert. Lukaku, eventuell Vela kann sie diskaden. Und den Rest eigentlich auch. Das Pack war schon mal richtig scheiße. Aber gut, eine Chance haben wir ja noch. Und wie gesagt, ich werde diesmal meine Augen schließen und hoffen, dass das Ganze hier ein bisschen, ein bisschen besser wird. Aber schlechter als 82 geht es eigentlich überhaupt nicht. Also das ist fast unmöglich. Wenn es ganz schlecht ist, werde ich einfach alles diskaden. Wir gehen mal komplett durch von vorne nach hinten. Ich glaube, das Pack müsste mittlerweile geöffnet sein. Wir gehen einmal komplett durch. Ich sehe noch gar nichts. Aber das ändert sich gleich, wenn ich die Augen öffnen werde. Ich öffne sie und es ist absolut nichts. Es ist Karim Benzema. Das ist nicht mal so schlecht. Aber geht auf jeden Fall besser. Naja, ansonsten halt alle Spieler außer Kivrak unter einem 80er Rating. Benzema immerhin nochmal 15k wert. Das geht noch einigermaßen. Aber ansonsten war das nichts in diesem Pack Opening. Gut, bei den Verteidigern hatte ich kein Glück. Eventuell ja bei den Mittelfeldspielern. Wir werden es in Zukunft auf jeden Fall sehen. 8000 Points werden bei denen verzogen. Ich danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.